Die Darsteller für Netflix Live-Action-Adaption von My Hero Academia wurden von IMDb geleakt. David Mezuse, der die Hauptrolle als Jake in der Serie Touch gespielt hat, wurde auch für My Hero Academia als Hauptrolle, also als Izuku, gecastet. Isaac Hempstead, den die meisten wohl als Bran Stark aus Game of Thrones kennen dürften, wird die Rolle von Klassensprecher Tenya besetzen. Jace Norman, Hauptdarsteller der Nickelodeon-Comedy-Serie Henry Danger, wird als Katsuki auftreten. Graham Beshear, bekannt durch seine Rolle in Disney's Stargirl, wird voraussichtlich Schoto spielen. Und Isabel Gamores, bekannt aus Florida Man, wurde als Ochako besetzt. Die genannten Schauspieler wurden allerdings kurz nach dem Leak wieder von der IMDb-Webseite entfernt. Gerüchten zufolge sucht Netflix aufgrund zahlreicher Kritik nach neuen Darstellern. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr die Rollen besetzen würdet und abonniert für mehr.